Hallo Freunde, ich hoffe euch geht's gut, mir geht's gut. Da sind wir wieder zu einem frischen, knackigen Teil von Rate My Bücherregal. Haltet mich für verrückt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Videos, die über zweieinhalb Stunden gehen, doch etwas zu lang sind. Plus, man kann sich ja nicht vorstellen, welche Massen von Daten und Massen von Frames ich und mein PC zusammen bearbeiten müssen. Ich und mein PC haben uns jetzt einfach dazu entschlossen, dass wir das so nicht mehr wollen, sondern dass wir das Ganze eben eine Stufe weiter runterschrauben, sodass wir diese Rate My Bücherregal Folgen etwas kompakter gestalten. Aber der Vorteil natürlich, es gibt mehr Folgen Rate My Bücherregal und mehr Folgen bedeutet automatisch mehr Gewinner. Das heißt, in dieser Folge Rate My Bücherregal werden sich vier Personen meiner knallharten Beurteilung stellen. Vier Personen plus eine Bonusperson. Ein ganz besonderes Schmankerl, für das es sich auf jeden Fall lohnt, dran zu bleiben. Dann wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem neuen Teil Rate My Bücherregal. Und das sind hier die vier mutigen Seelen, die sich heute meiner knallharten Bücherregalbearbeitung stellen. Wir haben einmal Maris, die Lea, Judith und Viktoria. Wir starten mit der Numero 1, nämlich Maris. Wir hüpfen mal direkt bei dir rein, Maris. Ich freue mich auf dein Bücherregal. Okay, Maris, also vom ersten Draufblicken sehe ich, du hast einmal Regal 1 und dann hier passend dazu Regal 2. Wir fangen mit Regal 1 an, aber es ist schon mal klar, du hast einiges an Büchern versteckt. Okay, wir schauen uns das erste Regal mal an. Vom groben Überblick sieht man hier einmal, du hast hier an den Rändern zwei schmalere Regale, die sind komplett weiß. Und hier in der Mitte hast du nochmal ein anderes Regal, das eigenartige Zeichnungen auf sich drauf hat. Das schauen wir uns nachher nochmal näher an. Aber wir haben hier auch ein Pflänzchen, das eher plastikhaft anmutet und hier oben diverse Deko, wo man natürlich gleich sagen muss, das hier fällt natürlich gleich auf und das springt einen sozusagen an. Aber so wie bei jedem Regal würde ich sagen, wir starten im linksäußersten Regal und arbeiten uns dann nach und nach durch. Das heißt, wir fangen hier oben an. Also hier in der Übersicht haben wir die Deko hier oben nochmal mit auf dem Bild. Das hier könnte ein Schachspiel sein, ich bin mir nicht sicher. Hier haben wir ein kleines Figürchen und wie gesagt, diese Pflanze sieht stark kunststofflastig aus. Aber jeder wie er will, ne? Wir hüpfen ins erste Regal hier rein. Wir starten hier einmal mit Six of Crows, Six Crocodile Kingdoms. Und dann sind wir gleich schon bei Jay Christoph. Also man merkt, hier ist deutlich Fantasy-lastig, Jugend-Fantasy-lastig. Aber dann haben wir hier auch eine irgendwie gar nicht dazu passende Pachinko, also von Minji Lee. Ich will immer ein wenig Leben sagen, aber es heißt anders. Ein einfaches Leben? Genau das. Wobei ich auch sagen muss, dass mir die englischen Ausgaben auch deutlich besser gefallen als die deutschen Ausgaben. Aber ich werde es wahrscheinlich auf Deutsch lesen, weil ich glaube, mein Englisch langt hier nicht ganz aus. Wir lassen uns einmal runterfallen. Und hier geht es gerade weiter mit absolut nichts, das ich kenne. Ken Liu, keine Ahnung. Das sieht auch schwer Fantasy-mäßig aus. Und dann haben wir hier Sarah J. Maas, die ja deutlichst Fantasy-lastig ist. Mit A Quote of Allem Möglichen. Und wenn wir weiterschauen. Ja, da geht es gerade mit Sarah J. Maas weiter. Und dann sind wir auch schon beim Herr Walter Mörs, von dem ich absolut noch gar nichts gelesen habe. Aber du scheinst ja eine ordentliche Walter Mörs-Sammlung zu haben. Das geht ja auch eher deutlichst in Richtung Fantasy. Von dem her scheinst du sehr Fantasy-lastig, zumindest in diesem Regal bisher zu sein. So, dann geht es gerade Walter Mörsig weiter. Deine Mörsetten. Und dann sagt mir, glaube ich, erst wieder The Seven Husbands of Evelyn Hugo. So, das hat man doch hier und da gehört. Aber ansonsten kann ich nicht behaupten, hier irgendwas gelesen zu haben. Das sieht sehr futuristisch und spannend aus. Habe ich noch nie gesehen. Wir lassen uns wieder eins weiter runterfallen. Ja, da ist der Herr Patrick Rothfuss mit nochmal einmal Patrick Rothfuss. Und es scheinen auch diese Schmuckausgaben dieses sehr erfolgreichen Fantasy-Werkes zu sein. Aber das ist doch das, das nicht zu Ende geschrieben ist. Und deswegen lese ich es auch nicht. Aber dir scheint es sehr gut gefallen zu haben, weil du hast es einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und es sieht, wie gesagt, aus, als wären das beides so Prachtausgaben. Samantha Shannon, da sagt mir hier nur der Buchrücken was. Das sind ja diese Cover, wo sich der Drache um den Turm schlängelt. Wo ich ab und zu geneigt bin zu sagen, komm, ich kauf's mir, weil es sieht toll aus. Ich weiß aber nicht. Also man muss ja wirklich dir zugutehalten, dass ja einfach sehr viele Bücher dabei sind, von denen ich keine Ahnung habe, was es ist. Und es will ja schon mal was heißen, ne? Wir schauen mal weiter. Ja, Laini Taylor sagt mir auf jeden Fall was mit dieser Strange The Dreamer-Reihe. Dann natürlich Herr der Ringe. Sieht auch wie eine tolle Schmuckausgabe aus hier im Schuber. Da haben wir ein Schweinchen. Und das weiß ich nicht, was das sein soll. Das goldene Zeitalter, das sagt mir gar nichts. Ja, dann sind wir auch schon mit dem ersten schmalen Regal durch. Wir schauen uns das Ganze nochmal im Ganzen an. Also, hier sind wir einmal durch. Wie gesagt, sehr Fantasy-lastig und sehr, kenne ich nicht, lastig. Das heißt, wir würden hier im mittleren Regal weitermachen. Einmal hier George R. Martin, das erkennt man schon an den Buchrücken, dass es hier das Lied von Eis und Feuer ist. Und im nächsten Regalbrett haben wir dann sehr retrohaft anmutende, sehr Fantasy-haft anmutende Bücher von Robert Jordan. Das ist das Rad der Zeit. Robert Jordan, das Rad der Zeit. Aber das sind ja alles die englischen Ausgaben hier. Und ich muss sagen, dieses retrohafte an diesen Ausgaben gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, weil ich mich nicht auskenne, inwieweit diese Reihen hier alle, diese Bücher hier alle zusammenhängen. Ob das wirklich eine durchgehende Reihe ist, weil ich habe keine Ahnung, Leute. Aber wie gesagt, dieses retrohafte, das sagt mir einfach sehr zu. Sieht richtig cool aus, möchte ich sagen. Ja, dann haben wir in diesem Regal noch ein The Couple Next Door, was irgendwie gar nicht reinpasst. Aber was wir in diesem Regal auch noch auf jeden Fall haben, ist, wir sehen, dass hier in diesem Bücherregal so dudelmäßige Zeichnungen sind. Also so gekritzelt. Und das hat hier natürlich seinen eigenen Charme. Ich kann natürlich nicht beurteilen, inwieweit du das hier selber aufgeklebt hast. Weil gemalt ist es nicht, weil sich einige Motive einfach immer wieder wiederholen. Oder ob man dieses Regal eben so mit diesem Gekritzel sozusagen kaufen kann. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen, wie gesagt, nochmal so seinen eigenen Charme. Wir schauen mal weiter. Im nächsten Regal begrüßt uns dann der Winterkaiser, wo ich keine Ahnung von habe. Aber es sieht toll aus vom Buchrücken her. Das sieht auch so echt übel Fantasy-mäßig aus. Und wenn ich hier lese, Drachen, Schlangen, Basilisk, Draken und Schwingen. Und dann auch diese Buchrücken dazu. Wie cool sieht das denn aus? Aber Leute, keine Ahnung. Marie Brennan sagt mir überhaupt nichts. Aber es scheint eine zusammengehörige Reihe zu sein. Ja, endlich mal ein Buch, das ich kenne. Kim Ji-Yang, geboren 1982. Aber auch die Frage, was macht sie denn hier? Irgendwie passt sie da nicht ganz rein. Bernard Brennan-Cho. Und dann Dal-Del-Del-Glish. Die Vermutung liegt nahe, dass hier nach Alphabet sortiert wurde, weil dann wird auch passen, dass sie hier so verloren zwischen all den anderen steht. Aber im äußersten Regal kam es mir nicht vor wie alphabetische Sortierung. Ich muss mir noch mal angucken. Wir schauen mal weiter. Hier haben wir einen ziemlich dicken Schmöker. Der sieht richtig ordentlich aus. Der Mond des Vergessens. Und das ist nur der erste Band, Leute. Übel, übel, übel. Eine einsame Tenner French. Und eine Flasche Ginger Beer. Das nächste Regalbrett wartet auf uns. Im nächsten Brett erwartet uns erstmal eine ganze Packung Tenner French. Also war die Tenner French von einem Regalbrett weiter oben gar nicht so allein, sondern sie hat einiges an Bekanntschaft hier. Ah, Robin Hobb. Das kennt man noch in Fantasy Gefilden. Habe ich nicht gelesen. Reizt mich auch immer wieder. Wir rutschen weiter. Ja, das sieht einfach schwer nach alphabetischer Ordnung aus. Wobei, ich glaube, du gehst durch die Regale einmal komplett durch und nicht so wie ich es gemacht habe. Pro Regal. Also, dass die Regalbretter so im Ganzen zählen. Hankang Weiß habe ich nicht gelesen. Und Deine kalten Hände habe ich auch nicht gelesen. Die anderen zwei Bücher von Hankang habe ich gelesen und sehr gemocht. Wir haben hier daneben ein japanisches Buch. Ist es koreanisch? Manchmal ist es nicht so einfach. Ich glaube, wenn viele Kreise dabei sind, ist es koreanisch. Ich weiß es nicht. So, wenn wir weiterschauen, haben wir von Junji Ito etwas, was sehr freaky aussieht. Sehr freaky aussieht. Habe ich noch nie gesehen. Wir lassen uns wieder fallen. Es geht weiter mit Junji Ito. Sehr viel Junji Ito. Wow. Ah, von uns zu Kim, die Plotter. Darüber stolper ich auch immer wieder. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Der Herr Parnassus. Fast in jedem Regal zu finden. In meinem nicht. Und dann wird es wieder sehr interessant für mich. Also hier dieser ganzen Packen Bücher, der sagt mir überhaupt nichts. Das sieht sehr futuristisch, sehr Science-Fiction mäßig aus. Auch dieser Verlag hier. Ich glaube, von dem habe ich noch gar nichts. Vom Thor Verlag. Deadly Education schläft immer noch auf meinem Wunschzettel. Eines Tages werde ich es einfach lesen und dann sagen, wie es war. Sayaka Murata, Seidenraupenzimmer habe ich noch nicht gelesen. Die Ladenhüterin habe ich sehr geliebt. Dann sagen mir die Bücher hier hinten gar nichts. Sieben Minuten nach Mitternacht, meine ich mich. Ist es das mit dem Jungen, dessen Mutter so schwer krank ist, kann es sein? Dann schauen wir mal ins nächste Regalbrett. Dann geht es in diesem Regalbrett mit Patrick Rothfuss weiter, was jetzt wieder dafür sprechen würde, dass du deine Regale einfach durchgehend, die Regalbretter durchgehend durch die Regale sortiert hast. Horizontal genannt. Brandon Sanderson. Das sieht auch wieder sehr retro-vibes mäßig aus. Hier drüben erkennt man einfach sehr gut erstmal Maggie Stiefvater, von der ich absolut nichts gelesen habe. Der Name Battlet Royale. Mein Mann ist großer Fan des Originalfilmes. Originalfilmes. Das Buch hat er nicht gelesen, das Buch habe ich auch nicht gelesen. Und dann daneben finden wir diese Ausgaben von Guthanabe. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Von H.P. Lovecraft und er hat das Ganze wunderbar illustriert. Bei H.P. Lovecraft lohnen sich illustrierte Ausgaben wirklich gut, weil H.P. Lovecrafts Schreibstil sehr gut zu Illustrationen passt. Und er beschreibt die Dinge in seinen Büchern ja auch so, dass man sehr gut Illustrationen draus machen kann. Deswegen kann ich es euch nur empfehlen. Bei H.P. Lovecraft auf jeden Fall gerne was Illustriertes. Dann lassen wir uns wieder fallen. Jui. Freunde. Ich sage es mal so, bis Tolkien kenne ich da nichts. Aber diese Tolkien-Ausgaben sehen wunderbar aus. Sehr schön. Der Herr der Ringe kennt man noch. Und hier zum Schluss haben wir nochmal eine ziemlich ordentliche Fantasy-Reihe, die sehr kämpferisch, schlechterisch, also mit vielen Schlachten aussieht. Und es sieht sehr düster aus. Aber Leute, keine Ahnung. Hier sind so viele Bücher, von denen ich einfach keine Ahnung habe. Wir schauen mal weiter. Wow. Hier stoßen wir auf Hanya Yanagihara. Ein wenig Leben. Habe ich, muss ich gestehen, vielleicht zu meiner Schande, vielleicht auch bewusst noch nicht gelesen. Dann haben wir wieder einen ziemlich dicken Schmöker. Das Schwert der Könige. Sagt mir gar nichts. Aber was mir was sagt, ist von Yokoyama Hideo64. Das habe ich auch noch auf meinem Sub liegen. Und ich war kurz davor, es auszusortieren. Und dann dachte ich, nee, warte mal. Warte mal. Der nächste Herbst kommt bestimmt. Und dann hast du bestimmt Lust auf einen Krimi. Daneben haben wir weitere Werke von Hideo Yokoyama, nämlich 2 und 50. Wobei der Buchrücken hier auch so aussieht, als würde das Ganze hier zusammengehören. Aber ich habe keine Ahnung, Leute. Und dann hier fast schon ein Klassiker, die Bücherdiebin von Markus Zusak, was mir überhaupt nicht zugesagt hat. Was mir überhaupt nicht Zusak gesagt hat. Daneben noch eine nette Harald Töpfertasse. Ein paar Notizbücher. Und hier sieht man nochmal, oh ja, das ist süß hier. Das sieht sehr herbstlich Halloweenig aus. Aber ich finde, es passt auch das ganze Jahr über hier rein. Und hier sieht man nochmal dieses Muster. Dieses Gekritzel. Ja, das hat schon was, ne? Das lockert das Ganze ein bisschen auf. Und es gibt ihn irgendwie so ein bisschen so Pepp. Weil das habe ich noch nie gesehen. Ganz ehrlich, das habe ich bei noch keinem gesehen. Das nächste Regalbrett wartet. Okay, das nächste Regalbrett ist ein ziemlich schmales Regalbrett. Also wir sind hier so von der Höhe. Und hier haben wir, aufgrund der Tatsache, dass ich Gino, Singh und Hauke Gerdes von den Rocket Beans kenne, vermute ich einfach, dass sich das hier, dass das hier alles, dass das hier alles so Pen and Paper mäßige Sachen sind. Also die Regelwerke von diesen Pen and Papers. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich weiß eben nur, dass die beiden Herren hier Hauke auf jeden Fall, Hauke hat schon etliche Pen and Papers geschrieben. Deswegen liegt es nahe, dass einfach alles von denen hier Pen and Papers sein könnte. Aber es könnte auch sein, dass das hier einfach Comics sind. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir schauen mal weiter. Wow, wow, wow. Guck mal, wer hier ist. Der Herr Bernhard Tennant, von dem ich bisher nur die Philiason-Saga gelesen habe, die er zusammen mit Robert Corbus schreibt. Aber also seine Elfen-Saga hier reizt mich auch immer wieder. Und dann... Kommen wir noch mal zu Robin Hobb. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wieso ist dieser Robin Hobb nicht bei den anderen Hörbern? Keine Ahnung. Also mit der Sortierung bin ich noch nicht ganz schlau. Ein bisschen schlauer, aber noch nicht ganz durchgehend schlau. Weiter geht's. So, ich gebe euch noch mal einen kleinen Überblick über das Ganze. Wir sind hier durchgegangen und dann sind wir hier durchgegangen. Aber wisst ihr, Leute, so ganz geht es auch nicht auf mit dem Patrick Rothfuss, weil hier ist der Patrick Rothfuss und hier ist der Patrick Rothfuss. Versteht ihr? Also ganz... So ganz geht's nicht auf. Auf jeden Fall starten wir jetzt hier oben durch mit dieser ultrabrutalen Maske. frisch aus meinen Albträumen importiert. Das sieht furchtbar aus. Aber ich muss sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ob das mit irgendeinem Horrorfilm was zu tun hat, ob das mit irgendeiner Serie was zu tun hat. Ich kann mir überhaupt nichts vorstellen. Es sieht einfach sehr gruselig aus. Es würde naheliegen, dass das von irgendwas ist, wenn es was mit diesem Funko Pop hier auch noch zu tun haben könnte. Aber ich kann auch diesen Funko Pop beim besten Willen nicht zuordnen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Funko Pop sind alles böhmische Dörfer für mich. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir ins Regal reinschauen, im dritten Regalbrett erwartet uns der dritte Band der Jade Legacy Reihe. Keine Ahnung. Aber dann haben wir hier einen ziemlichen Kulturschock, nämlich Ariane kocht die Aufdrängung, was irgendwie so gar nicht reinpasst. Aber sie steht ein bisschen verloren da. Das Buch daneben ist noch eingeschweißt und dann haben wir hier Belgariat 4. Vorhin sind wir in einem anderen Regalbrett über Belgariat 3 gestolpert. Also wieso stehen die nicht beieinander? Wäre natürlich auch die Frage, ob das hier einfach deine Umgelesenen sind. Das kann ich natürlich nicht beurteilen und beantworten. Aber dann war es das auch schon in diesem Regalbrett. Ja, dann lassen wir uns fallen. Das nächste Regalbrett ist eine riesengroße Herausforderung, weil ich bis auf also bis zu Natsui Kirino kenne ich gar nichts und von Natsui Kirino habe ich auch Grotesk auf dem Sub und dieses Buch kenne ich gar nicht von ihr. Und dann kenne ich natürlich noch Donnertarts Distelfink, aber ansonsten bin ich hier echt lost. Wir lassen uns wieder fallen. Okay, Freunde, von Zhang Yuzhong Sieben Jahre Nacht habe ich auch noch auf dem Sub. Ich glaube, das habe ich bei noch keinem im Regal gesehen, deswegen freut es mich gerade sehr. Dann haben wir noch mal eine Donnertart. Natürlich auch hier die Frage, wieso sind die Tarts nicht beieinander? Keine Ahnung. Und dann wird es hier aber wieder sehr Fantasy, also richtig übelst Fantasy-lastig. Bis hin zu diesem Buchrücken, der einfach wunderschön ist, mit den Drachen hier hinten drauf. Und wenn wir da weiterschauen, haben wir hier einfach Kanai Minato, von der ich immer sage, dass ich gerne was von ihr lesen würde, aber da nichts von ihr lese. Mein Jahr der Ruhe und Entspannung noch eingeschweißt. Und das hier sagt mir wieder gar nichts, sieht aber auch wieder sehr düster, kämpferisch, Fantasy-lastig aus. Mit den paar eingeschweißten Büchern zwischendurch liegt vielleicht der Verdacht, naja, dass das hier alles deine Ungelesenen sind oder dass du eben gelesen und ungelesen zusammen ins Regal sortierst. Das kann natürlich auch sein. Und wenn wir weiterschauen, A Conspiracy of Truths sagt mir überhaupt nichts, aber der Buchrücken sieht mal hammermäßig, also richtig hammermäßig aus. Und zu Kim, keine Ahnung, muss ich gleich mal danach gucken. Das sieht aus, als wäre das was für mich. Amy Tan. Ah, das ist die, von der ich Töchter des Himmels habe, ne? Das Kurtisanenhaus sieht auch wunderschön aus vom Buchrücken. Ansonsten, ist das Hang Kang? Nein, das ist nicht Hang Kang, oder? Hier haben wir ein wunderbares Notizbuch, das sind diese Paper Blanks, die habe ich auch sehr gerne. Das ist eine knallige Farbe, kann man sagen. Perdido Street Station, keine Ahnung, das sagt mir überhaupt nichts. Und hier hinten habe ich auch keine Ahnung, das sieht auch wieder sehr, sehr interessant und sehr magisch aus. Wir schauen mal weiter. Guck. Also, wir haben hier nochmal einen Robin Hopp, dann haben wir einen Bernhard Hennen und sehr viele, bestimmt sehr magische, sehr fabelhafte Bücher, auch wieder ein eingeschweißtes Buch. Und nochmal Naomi Novik, die hattest du vorhin schon mal mit dem ersten Band, ne? Und das ist jetzt der letzte Band. Also, ich weiß nicht, wie du das aufteilst zwischen gelesen und nicht gelesen oder wie so nicht jeder Robin Hopp bei jedem Robin Hopp steht. Also, der Verdacht liegt nahe, dass du hier eher ungelesen hast. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Wow, nochmal Jake Christoph. Und da im ersten schmalen Regal hattest du auch nochmal Jake Christoph, ne? Ich merke das alles. Aber im letzten Regalbrett haben wir hier, ich kenne gar nichts. Das ist hier der zweite Band von diesem, von diesem hier. Der Mond des Vergessens. Ja, Brian Lee Duffy, das Pechschwarze, Herz, die fünf Krieger, Kriegerringe. Ja, keine Ahnung, Leute. Und der scheint aber auch noch eingeschweißt zu sein hier, das sehe ich auch. Also, ich denke schon, dass hier noch eher ungelesen bei dir ist in dem ganz äußersten Regalbrett. Das kann ich mir vorstellen. So, dann sind wir aber hier auf jeden Fall mit diesen drei Regalen durch. Das heißt, das heißt, wir gehen jetzt zu diesem Regal. In der nächsten Regalformation haben wir jetzt drei gleiche Regale, schön in weiß gehalten, auch eher schlicht von der Deko und wir schauen uns erst mal das hier ganz oben an. Hier haben wir eine ziemlich lange Reihe bestehend aus gezeichnet, betrogen, erwählt, ungezähmt, gejagt, versucht, verbrannt, geweckt, bestimmt, verloren, entfesselt, erlöst, aussortiert. Ich kenne diese Reihe leider nicht. Weiß ich nicht. Scheint jemand sehr viel zu erzählen zu haben, aber wie gesagt, ich kenne es nicht. Und dann springen wir hier ins erste Regalbrett rein. Dann haben wir erstmal eine volle Packung Grisha, das ich nicht gelesen habe. Dracula muss ich natürlich lesen, weil ich aus Rumänien komme. Das sieht schön aus, die Beschenkte. und das sieht auch schön aus, die unendliche Geschichte. Das muss man diesen Fantasy-Büchern echt lassen, dass die eben, die sehen nochmal auf eine andere Art und Weise schön aus. Wenn ich da an die Diogenes-Bücher denke, die sehen wirklich schön aus. Ich habe wieder keine Ahnung, Leute, Diebe der Nacht, weiß ich nicht. Auch viel Englisches zwischendurch mit dabei. Boah, guck mal, wie schön die aussehen, Leute. Wie schön die aussehen, Anthony Ryan. Das sieht auch schön aus. Ist so schön. Ja, außer den Tributen von Panem kenne ich hier aber gar nichts. Was auch ein bisschen schade ist, schaut mal hier Michael Ende, die unendliche Geschichte zum Beispiel. Eigentlich bin ich in Kunstbanause, weil ich es noch nicht gelesen habe und keinen Film gesehen habe, aber irgendwann, irgendwann ist es soweit, Leute, dann werde ich es lesen, okay? Wir lassen uns eins weiter runterfallen. So, dann gibt es hier vorne Mary Lou, keine Ahnung, die Lügen des Lock Lomora. Gut. Ich kenne hier gar nichts, Leute. Christoph Lode, keine Ahnung. Es sieht wieder alles sehr düster, fabelhaft, Magie und Geheimnisse und rätselmäßig aus. Und wenn wir dann weiter rutschen, haben wir ein paar umgedrehte Bücher, das ist auch immer eine mutige Entscheidung, Bücher einfach nicht zu zeigen. Zwei klassische Vogelsittiche, Wellensittiche, die klassischsten Wellensittiche, die man sich vorstellen kann und hier drüben, hier drüben habe ich mal wieder, keine Ahnung, Leute, echt nicht. Mir sagt auch kein Buchrücken irgendwas, aber ich muss auch sagen, diese Bücher hier, entweder du bist einfach ein unfassbar vorsichtiger Leser, aber ich sehe hier keinen einzigen Knacks in deinem Buchrücken und bei so dicken Schinken und wenn der Buchrücken noch schwarz ist, dann möchte das ja echt was heißen. Wir lassen uns wieder fallen. Da oben geht es weiter mit Wintersong, das ist aber hier Ding, wie heißt es? Tribut von Panem auf Englisch, ne? Dann haben wir Dune, dann haben wir die Biss-Reihe, gut, 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 die Illumine-Akten mit dem zweiten Teil, ich glaube der dritte Teil kam doch erst jetzt raus, oder? Und dann kommen wir zu V.E. Schwab mit Vicious, V.E. Schwab mit den anderen Büchern und einer Reihe, die mir überhaupt nicht sagt, Cirque du, das wird mal wunderschön aussehen, wenn die Reihe komplett ist, glaube ich. aber sie sagt mir überhaupt nichts, wir schauen weiter. Jetzt, Freunde, für all die Regalbretter, in denen ich sagte, kenne ich nicht, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung, bin ich endlich wo angekommen, wo ich einigermaßen Ahnung habe, nämlich bei sehr asiatisch orientierten Büchern von Shanho Kai, die zweite Schwester, habe ich gelesen, mochte ich sehr, das Auge von Hongkong von ihm habe ich noch nicht gelesen, dann kommt eine gute Packung Keigo Higashino, von Keigo Higashino habe ich Böse Absichten gelesen, das ist auch so ein Autor, wo ich, ne, Böse Absichten und kleine Wunder um Mitternacht, das vergesse ich gerne, weil das kein typischer Higashino war, aber das ist so ein typischer Autor, wo ich mir immer wieder denke, ja, da würde ich gerne mehr von lesen und was mache ich? Nichts. Ich denke, wenn ich mir so vielleicht auf den Herbst noch ein paar Bücher kaufe, ich möchte gerne noch einen Thriller von ihm lesen, ich habe noch keinen Thriller von ihm gelesen, Yonichiru Tanizaki, der Schlüssel, das habe ich gar nicht so gut bewertet, das heißt nicht so gut bewertet, das ist ein trotzdem, es ist trotzdem ein sehr gutes Buch, aber es gab eben so paar Punkte, die mich ein bisschen gestört haben an dem Buch, aber trotzdem ist es irgendwie so ein Buch, das man nicht vergisst, von Julie Otsuka, wovon wir träumten, das Buch habe ich glaube ich 2017 oder 2018 versucht zu lesen, mit diesem Buch habe ich ein riesengroßes Problem gehabt, nämlich ging mir das Buch dermaßen auf die Nerven, weil in jedem Satz oder jedem zweiten Satz immer nur jede von uns, alle von uns, jede von uns, keiner von uns, einige von uns, viele von uns, keine von uns und so ging es durchgehend und wenn mir auch klar war, dass das ein stilistisches Mittel sein sollte, um eben klar zu machen, dass es vielen gleich ging mit diesem Schicksal, das die Frauen hier durchmachen, ich konnte es nicht, Leute, es hat mich so genervt, ich habe es abgebrochen. So leid es mir tut, weil ich habe mir das Buch wirklich nur gekauft, weil es eben so gute Bewertungen hatte zwischendurch und weil ich einfach nur Gutes drüber gehört hatte, aber für mich war das überhaupt nichts, von Fang Sog Young, Vertraute Welt. Ich bin immer froh, wenn jemand Fang Sog Young in seinem Regal hat, weil ich glaube, ich habe bisher noch keinen gesehen, der Fang Sog Young in seinem Regal hatte. Von ihm habe ich die Geschichte des Herrn Hahn und der Ferne Garten gelesen und ich sage mal, ich habe in den Büchern wahrscheinlich so viel über Korea und Süd- und Nordkorea und den Krieg gelernt, wie ich sonst nirgendwo gelernt habe. Er hat wirklich so die Kunst, koreanische Geschichte gut in Büchern zu verpacken und er ist auch sein Leben lang deutlich politisch aktiv und aussagekräftig gewesen, was ihm natürlich auch sehr viele Probleme bereitet hat. Aber man merkt eben, Fang Sog Young, der hat viel damit zu schaffen, dass sein Land eben immer noch getrennt ist, muss man einfach dazu sagen, dass Süd- und Nordkorea eben ja genauso getrennt ist, wie wir Deutschen es mal eben waren. Und er hadert eben sehr damit und das merkt man eben sehr stark in seinen Büchern. Dann ein ganz großer Favorit von mir, ich nannte ihn Krawatte von Milena Michiko Flasar Grandios von Hie 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 Young Pjung Der Riss ist auch auf meinem Wunschzettel, sage ich auch immer wieder, möchte ich lesen, möchte ich lesen, möchte ich lesen, werde ich auf jeden Fall lesen. Von Yumoto Katsumi am Ende des Sommers, das ist ja auf meiner Sommerleseliste gelandet, Heaven ist auch noch auf meinem Sub, habe ich ja im Rahmen eines mein Mann kaufende Bücher bekommen, Brüste und Eier, klar, ewiger will ich unbedingt lesen, Kandidat. Kurze Randnotiz zur Sortierung, natürlich habe ich das Gefühl, dass du innerhalb dieser asiatischen Literatur deine alphabetische Sortierung komplett aufgehoben hast, auch den Keigo Higashino hast du nicht zu dem anderen Keigo Higashino gesteckt. Es liegt sogar hier die Vermutung nahe, ja, diese Vermutung liegt wirklich nahe, dass du in diesem asiatischen Regal farblich sortiert hast. Das prangere ich an. Wir waren bei Kleine Wunder und Mitternacht stehen geblieben, habe ich auch gelesen, habe ich sehr gemocht. Nochmal Kanai Minato, Genki Kawamura habe ich auch gelesen, sehr gemocht. Hier haben wir nochmal einen Frank Sokkyong. Die Lotusblüte habe ich auch schon ewig auf meinem Wunschzettel. Von Bundy habe ich noch gar nichts gelesen. Crazy Rich Asians habe ich auch nicht gelesen. Ah, von Bay Sua Untold Night and Day zu Deutsch Weiße Nacht. Also wenn ich bedenke, wie viel ich auf Deutsch verstanden habe in diesem Buch, möchte ich dich mal fragen, wie viel du auf Englisch verstanden hast in diesem Buch. Irgendwie ist es so ein Buch, wo man genau weiß, es ist ein Ticken irgendwie zu hoch für mich. Irgendwie verstehe ich was nicht, aber trotzdem hat man ständig das Gefühl, Meisterwerk. Das sieht sehr romantisch aus hier. Das sagt mir gar nichts von Moe Hater. Und hier eins meiner liebsten und ich glaube auch das allererste Buch, das ich aus Südkorea gelesen habe, als Mutter verschwand von Kyung Sook Shin. Das Buch war einfach, ich fand es einfach wunderbar. So, dann sind wir in deinem asiatischen Regal fertig. Im nächsten Regalbrett starten wir mit einer ordentlichen Ladung Robert Galbraith. Interessiert mich auch mal. Ich weiß nicht wieso, aber es würde mich auch mal interessieren. dann die Hexe von Font Royale ging auch mal ziemlich durch Booktube rum. Habe ich glaube ich auch noch auf meinem Wunschzettel rumgurken. Ich habe so die Vorstellung, dass das ziemlich gut in den Herbst passt. Stephen King Shining, ja, 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 der Klassiker schlechthin. Und dann Emma Donoghue Raum. Von Emma Donoghue habe ich das Wunder gelesen. Das hat mich so mittelmäßig begeistern können. Aber ich glaube Raum wäre bei Emma Donoghue eh die bessere Wahl gewesen. Ich weiß nur nicht, ob ich es lesen möchte, werde, keine Ahnung. Delfin de Vigan nach einer wahren Geschichte reizt mich auch immer wieder. Aber da habe ich auch das Gefühl, das sieht man einfach zu oft das Buch. Wir gehen mal weiter. So, wir starten durch mit, sieht man hier nicht ganz, aber es ist The Turn of the Screw, also die Drehung der Schraube von Henry James. Patrick Süßkind, das Parfüm. Wir haben schon immer im Schloss gelebt. Dann das Bildnis der Story in Grey 1984. Animal Farm, klar. Daphne du Maurier. Noch eine Daphne. Wilkie Collins, The Woman in White. Das muss man dir aber wirklich auch zugute halten, dass du echt viele englischsprachige Bücher drin hast. Also ich glaube, du bist ziemlich fit im Englischen. Dann haben wir zwei wunderschöne Ausgaben von Madame Bovary und Jane Eyre. Richtig schön. Ich glaube, die sind auch englischsprachig. Da haben wir Theodor Fontane, Effie Priest. Sieht toll aus mit diesem Buchrücken. Sieht auch sehr alt aus hier. Peterchens Mondfahrt. Nochmal Effie Priest. Jane Austen, Jane Austen. Das ist Emma. Das erkenne ich noch. Und dann haben wir hier drüben schon lange nicht mehr gesehen ein paar Reklamhefte. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Grimm's Märchen. Die Räuber. Das Nibelungenlied. Die Verwandlung. Klassische deutsche Kurzgeschichten. Romeo und Julia. Und Goethe darf natürlich nicht fehlen in einem gut sortierten Bücherregal. Einmal haben wir hier noch Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Frage natürlich. Kennst du dich aus? Und dann Korean from Zero. Korean from Zero. Also ein großes Interesse scheint ja schon mal vorhanden zu sein an asiatischer, japanischsprachiger, koreanischstämmiger Literatur. Und hier hinten erkenne ich nicht mehr viel. So, im nächsten Regalbrett haben wir dann die illustrierten Ausgaben von Jim Kay von Harry Potter. Und dann kommen wir hier unten zu The Art of Dishonored 2. Das ist ja ein Computerspiel für diejenigen, die es nicht kennen. Ich habe es nicht gespielt. So etwas kann ich nicht spielen, Leute. Da gehen meine Nerven kaputt. Ich weiß nicht, wie das ist. Ah, hier. Und ganz unten haben wir nochmal The Art of Harry Potter. Das Buch kenne ich gar nicht. Aber wir scheinen auf jeden Fall einen großen Harry Potter Fan hier zu haben. Im restlichen Regalbrett haben wir hier nochmal Dishonored. Und dann haben wir ziemlich schnieke Barnes & Nobles Ausgaben. Das sieht richtig fein aus. Richtig fein. Und von Jules Verne auch nochmal eine Barnes & Nobles Ausgabe. Und dann hier Jane Austen, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft und Grimm's Fairy Tales. Auch in so einem feinen Schuber. Ne, die sind einzeln in Schubern. Das sieht ja auf jeden Fall so aus wie deine Schmuckausgaben-Abteilung. Richtig schön sieht das aus. Wunderbar. Wir schauen mal weiter. So, jetzt gibt's erstmal große Kritik, Marie's. Also diese Schmuckausgaben hier unten, die gehen ja ziemlich unter da unten. Also da hätte ich irgendwie versucht eine Lösung zu finden, dass ich diese Schmuckausgaben irgendwie präsentiert bekomme in meinem Bücherregal. Verstehst du, dass du vielleicht hier oben die freien Flächen nochmal nutzt, um ein paar Bücher zu verschieben und dass diese Schmuckausgaben hier unten, dass die auch den Platz bekommen, der ihnen zusteht, weil die sehen richtig toll aus, aber wie gesagt, ich finde hier unten sieht es irgendwie so aus wie gekauft, aber nicht gewollt. Dann sind wir aber auf jeden Fall hier mit dem Regal durch, das heißt wir machen hier in der Mitte weiter und ich glaube im nächsten Regal geht es dann auch wieder weiter mit Sachen, wo ich eher weniger Ahnung habe, deshalb kenne ich schon an den Buchrücken, dass es eher was ist, wo ich sage keine Ahnung, Eragon sagt mir schon noch was, aber auch Eragon habe ich nie gelesen und im nächsten Regalbrett, wow, haben wir hier einmal Death Note, das sieht auch ziemlich brutalomato mäßig aus und dann wird es sehr Science Fiction lastig bei dir, das sieht sehr Science Fiction mäßig aus, kann natürlich auch sein, dass es Fantasy ist, irgendwann verschwimmen ja auch die Grenzen bei diesen Szenarien, wow, da kenne ich einfach gar nichts, aber die Buchrücken sehen einfach wunderbar aus, Leute, das kann man halt echt, unfassbar, guckt es euch an, guckt es euch an, was soll, was, was soll jetzt Diogenes sagen, nicht viel, wir schauen mal weiter, okay Freunde, im nächsten Regalbrett habe ich gleich gemerkt, dass wir hier wieder solche Ausgaben haben, die sehr gut zu diesem Cirque du dazu gepasst haben und tatsächlich ist es auch wirklich so, dass ich einfach glaube, dass du deine Regale horizontal durchsortierst, zumindest hast du das hier, da kann ich sehr schwer mit leben, dass das hier so getrennt ist irgendwie, weil ich glaube, das würde einfach super cool aussehen, wenn es beieinander wäre, aber Fakt ist, dieses Freak gehört auf jeden Fall zu dem Cirque du, genau, also hier haben wir Cirque du Freak, die letzten fünf Teile, Cassandra Clare, keine Ahnung, könnt ihr mich schlagen, weiß ich nichts drüber, genauso über Lisa J. Smith, hier haben wir nochmal einen Brandon Sanderson, das sagt mir nochmal was, aber bis zu Neuromancer weiß ich auch nichts, das sind nochmal hier von Carol, die Alice Romane, aber Neuromancer habe ich auch nicht gelesen, ich fühle mich wie in einem Verhör, wo ich wirklich nichts weiß, und es ist hier glaube ich dann die Fortsetzung von den asiatischen Regalbrettern, von Mia Eseo, der rote Apfel habe ich gelesen, mochte ich sehr, war für mich ein sehr guter Fröder, weil nicht so blutig, der gute Sohn habe ich gelesen, sehr gemocht, Kirschblüten, rote Bohnen gelesen, sehr gemocht, böse Absichten gelesen, sehr gemocht, ich habe ihn getötet, habe ich noch nicht gelesen, ansonsten habe ich in diesem Regal noch ein Einhorn, aber das war es dann auch hier, wir waren jetzt hier in diesem Regalbrett und das nächste Detailfoto aber, das ich von dem Regal habe, beginnt hier, das heißt, mir fehlen im Prinzip Nahaufnahmen von diesen Regalbrettern, aber so, wenn ich hier drauf gucke, fällt mir gleich auf, das ist auf jeden Fall koreanisch geschrieben hier und ich habe gleich gedacht, ich habe gleich gedacht, das sind doch K-Pop Alben, das habe ich gleich gedacht, sofort, hundertprozentig, tausendprozentig gleich gedacht, das ist ja auf jeden Fall BTS, das erkenne ich, nicht weil ich BTS-Fan bin, aber das erkennt man einfach, und wenn wir da ins nächste Regalbrett runterschauen, hier, das ist auch K-Pop, es kann nur K-Pop sein, drehe ich mich sogar aus dem Fenster und sage, das ist vielleicht Tease, kann ich mir vorstellen, aber ansonsten, weiß ich nicht, das sieht eher Girlgroup mäßig aus, so, das kann jetzt aber auch alles sein, das kann sein, von Dreamcatcher bis Cosmic Girls bis Luna, die Welt des K-Pops ist groß, riesengroß, es ist für jeden Platz im K-Pop und man sieht, die Maris hat auch in ihrem Leben sehr viel Platz für K-Pop. So, liebe Maris, schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, Lieblings-Boyband, Lieblings-Girlgroup und jeweils dein liebstes Lied von diesen. Danke. So, bei den Büchern hier ganz unten kann ich natürlich jetzt gar nichts erkennen, ich weiß nicht, ob das Bücher sind, die sie aussortiert, die sie noch nicht so richtig angenommen hat, die vielleicht noch nicht den Weg komplett in ihr Bücherregal geschafft haben, und ich kann es nicht beurteilen, ich erkenne hier auch sehr wenig, das heißt, wir schauen weiter. Das heißt, wir machen hier oben jetzt weiter. Hier haben wir einen netten Drachen. Wir schauen mal ins erste Regalbrett. So, so, so. An den Buchrücken erkenne ich natürlich jetzt sofort auch wieder, das ist nicht so das, was ich lese. Eher das, wo ich mich, könnte man sagen, gar nicht auskenne. Wow. Hier erkenne ich noch einen Stephen King und vielleicht liegt die Vermutung nahe, dass hier noch weitere Stephen Kings lauern. Ich kann es nicht ganz erkennen, weil hier steht nämlich dieser Game Boy mit Lunch Break davor. Kann es sein, dass das eine Brotdose ist? Kann das sein? Ansonsten haben wir hier nochmal eine richtig dicke, dicke, dicke Reihe, Leute, von Ted Williams. Wir gucken weiter. So, da haben wir begonnen, die Witcher-Reihe, mit der ich bis jetzt auch noch nicht weitergemacht habe. Schande über mein Haupt, was soll ich machen? Und dann kenne ich ich kann nichts für diesen Büchern sagen. Es ist unfassbar, wie viele Bücher ich einfach nicht kenne. Wir lassen uns wieder fallen. Das nächste Regalbrett scheint ganz im Sinne von Harald Töpfer zu stehen. Wir haben hier die Märchen von Beedle den Baden. Wir haben Harry Potter auf japanisch. Ich sag japanisch. Dann nochmal diese oldschool gebundenen Ausgaben, die mir auch sehr zusagen. Ich glaube, die werde ich mir auch mal eines Tages zusammen sammeln. Harry Potter und das verwunschene Kind habe ich nicht gelesen. Werde ich wahrscheinlich auch niemals lesen. Und hier hinten haben wir James Corrie. Bist du ein Slytherin? Bist du ein Slytherin? Ich kenne nämlich jemanden, mit dem bin ich verheiratet. Der ist auch ein Slytherin. Und man muss sagen, ich bin ein Hufflepuff. Da ergeben sich natürlich hier und da einige Diskrepanzen. wenn ein Hufflepuff einen Slytherin liebt. Und ein Slytherin einen Hufflepuff liebt. Aber die Vermutung liegt nahe, dass du auf jeden Fall ein Slytherin bist. Ich habe hier hinten keine Ahnung. Das heißt, wir gehen weiter. Okay, hier oben liegt einmal Wolfgang Herndorf Chick. Extrem laut, unglaublich nah. My Dark Vanessa haben wir hier einmal noch. Man sieht es nicht, aber das ist Wilkie Collins Wilkie Collins The Moonstone und hier drüben Ah ja, Stephen Kings Carey kennt man noch. Der Vorleser. Guck mal. Die Brücke nach Terrapithia. Das habe ich mal gehört. Auf jeden Fall. Mord im Orient Express ist jetzt auch nicht so unbekannt. Genauso wie The Green Mile. Die Gedichte von Till Lindemann. Wieso nicht? Ja, kann man machen. Margaret Edward. Noch nie gelesen möchte ich gerne. Genauso Nabokov noch nie gelesen möchte ich gerne. Ah, guck, die Geisha. Bei der mache ich auch ziemlich lang rum, ob ich die Geisha lesen will oder nicht. Ich weiß es nicht. Okay, dann haben wir hier aufgehört und dann geht es hier wieder mit CDs weiter. Und hier im nächsten Regalbrettchen haben wir ein ziemlich dickes und hier ganz unten das sagt mir leider gar nichts. Berserk, diese Reihe. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, wo ich das zuordnen soll. Und ganz hier unten kann ich noch ein Jo Nesbo erkennen und dann ist das hier auf jeden Fall Stephen King. Dann sind wir aber durch mit deinem Bücherregal, liebe Maris, mit deinen Bücherregalen und dann kommen wir jetzt zu deiner Bewertung. So, liebe Maris, deine super knallharte, betonharte, kalte, faire und doch liebevolle Bücherregalbewertung sieht wie folgt aus. Wir starten mit der Sortierung. Du wirst es selbst gemerkt haben, manchmal stand ich etwas auf dem Schlauch, manchmal konnte ich ein System erkennen, manchmal auch wieder gar nicht mehr. Ich denke, was mir so ein bisschen die Sortierung schwer gemacht hat, ist vielleicht die Unterteilung zwischen gelesenen und ungelesenen Büchern, dass ich da nicht ganz durchgeblickt habe bei dir. Manchmal war es ja völlig klar, dass du alphabetisch sortiert hattest und manchmal war eben gar nicht klar, wonach du sortiert hattest. Und dann hattest du ja noch das Regalbrett mit den asiatischen Autoren, wo du deine alphabetische Sortierung komplett aufgehoben hast. Plus, du hattest ja auch noch so zwei Regalbretter, die man so in die Klassiker-Richtung einordnen konnte, wo du auch deine Sortierung aufgehoben hast, sozusagen. Ja, wie gesagt, manchmal bin ich mitgekommen, manchmal eher weniger, deswegen würde ich dir für deine Sortierung 3,5 Sterne geben. Kommen wir zur Bücherauswahl. Ich muss dir wirklich zugutehalten, dass du dafür, dass wir einen sehr unterschiedlichen Geschmack haben, trotzdem hast du einen so anderen Geschmack, dass mich dein Geschmack trotzdem reizt. Natürlich sind da zwischendurch ein paar Dinger dabei, die mich nicht reizen. Sarah J. Mars zum Beispiel reizt mich einfach nicht. Und so gab es eben ein paar Dinger, wo ich sage, ja gut, schon mal was von gehört, glaube ich, ist nichts für mich, aber bei dir habe ich eben deutlich gemerkt, die Welt der Fantasy ist einfach unfassbar groß und ich habe noch sehr wenig in der Fantasy-Welt gelesen, aber bei dir gab es auf jeden Fall einige Buchrücken, wo ich gesagt habe, das sieht richtig gut aus, richtig gut aus. Und dann natürlich, abgesehen von dem, wo sich unsere Geschmäcker unterscheiden, haben wir ja einen riesengroßen gemeinsamen Nenner bei den asiatischen Autoren. Da hast du mich natürlich voll gehabt. Plus, du hattest ja auch noch ein paar Klassiker, Weltliteratur, sowas, was man gelesen haben muss, sage ich mal. Von dem her war es bei dir eine recht gute Mischung. Hier und da sehr gute Überschneidungen, weswegen ich dir für deine Bücherauswahl 4,5 Sterne geben würde. Kommen wir zur Optik. Ich sage mal so, diese Fantasy-Bücher geben ja vom Buchrücken schon mal was ganz anderes her, als wenn man immer nur diese klassischen Klassiker hat, sage ich mal. Also diese Buchrücken sind ja wirklich sehr toll illustriert und designt und die machen was her im Bücherregal. Deswegen verstehe ich schon, dass du dich für klare weiße Regale entschieden hast und auch nicht mit der Deko übertrieben hast. Das muss man dir wirklich zugute halten. Du hättest noch sehr viel mehr Platz für Deko, aber du hast auch einfach Mut zur Lücke bewiesen und einfach auch mal was leer stehen lassen. Finde ich gut, kann man machen und vor allem finde ich, dass dein Bücherregal auch nicht so unruhig aussieht, was ich eben finde, was manchmal passieren kann, wenn man zu viel Fantasy beieinander hat. Aber du hast es wirklich gut gelöst durch diese klaren Linien und durch diese minimalistische Deko. So mal so machen, würde ich dir für deine Optik vier Sterne geben. Die Deko war wirklich gezielt gesetzt, da wo sie Sinn machte, gesetzt und es war wie gesagt nicht zu viel, sehr charmant, wunderbar. Natürlich bist du Königin der Herzen wegen der ganzen K-Pop-Alben da unten. Die haben natürlich mein Herz geklaut und natürlich Königin des Herzens meines Mannes, weil er ist auch ein Slytherin und Königin des Herzens meines Mannes wegen Battle Royale und den Dishanard-Büchern und wegen Hauke und heiratet doch. Aber sonst kann man sagen hast du ein ziemlich fesches Bücherregal, auf das du wirklich sehr stolz sein kannst. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, liebe Maris. Ich hatte sehr viel Spaß mit deinen Büchern. Weiter geht's in unserer knallharten Bücherregal-Bewertungsrunde und die liebe Lea ist jetzt dran. Liebe Lea, ich freue mich auf deine Bücher. Ja, okay. Also, ich finde es schön, du hast mir dein Bücherarrangement hier geschickt, wo man deutlich sieht, okay, du wirst wahrscheinlich hier auch lesen, weil du hier auch was Buchablagiges liegen hast. Das ist dann dein Bücherregal. Logischerweise würde ich natürlich sagen, wir starten einmal hier oben. Wir starten mit der Biss-Reihe von Stephanie Meyer, habe ich auch noch dastehen. Ich bin so versucht, es nochmal zu lesen beziehungsweise als Hörbuch zu hören, um dann darüber zu urteilen, ob das überhaupt jemals gut war. Es geht weiter mit Bis zur Mitternachtssonne, da war ich dann schon raus. Seelen habe ich auch nie gelesen, Panem nie gelesen und Iragorn nie gelesen. Dann schauen wir mal weiter. Im nächsten Hänge Dingens, Bumsens geht es weiter mit Cornelia Funke, Tintenherz, Blut und Tod, auch nie gelesen. Reizt mich aber sehr. Einmal die Oldschool Harry Potter Ausgaben, sehr schön. Im nächsten Hänge Regal starten wir mit Alena Schröder, junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Hat mich auch schon öfter gereizt. Julie Clark der Tausch, das hat man schon öfter gesehen. Ach, der Herr Panassos ist wieder am Start. Der Wahl und das Ende der Welt auch schon länger nicht mehr gesehen. Natürlich ein wenig Leben darf auch nicht fehlen. Andreas Eschbach NSA und da hinten stoßen wir wieder auf die gute alte Lucinda Reilly die Nicholas Bucks und Julien Müsseau I don't know Leute. Also von diesem Regalbrett her kann man schon sagen, dass ich in dem Regalbrett keine Sortierung erkenne, aber ich habe das Gefühl, die Regalbretter für sich machen Sinn. Versteht ihr? Wir schauen mal weiter. So Leute, also wir waren hier oben, wir waren hier in dieser Reihe, das heißt, wir machen hier in diesem Hängerles mit dem Schild weiter. Diese Reihe hier sagt mir gar nichts. Hier, die Bibel. Kenne ich doch was. Und natürlich von Kerstin Gier die Edelstein Trilogie, die mochte ich sehr, sage ich immer wieder, mochte ich wirklich sehr. Und in dem nächsten Bücher Regal Hänge Vorrichtungs Gedöns fängt es sehr historisch an mit Innie Lorenz, der Klassiker von ihr. Und Ken Follett, die Säulen der Erde. Hier fehlen mir natürlich noch die anderen Folletten. Dann haben wir ein Klassiker, Victor Hugo, die Elenden, Stolz und Vorurteil. Also das sind zwei gute Klassiker beieinander. Ich habe keins gelesen, ich sage einfach, es sind gute Klassiker. Und dann kommen wir zu der Kategorie. Das sind schon Bücher, wo ich sage, never judge a book by its cover. Doch manchmal weiß man einfach, die Leute vom Verlag machen ja auch ihre Cover so, dass die richtigen Leute es kaufen. Manchmal. Nicht immer, manchmal. Aber da ist Leute, das esse ich alles. Winter Kartoffelknödel, Dampfnudeln, Schweinskopf esse ich jetzt nicht. Das sind so Regionalkrimis, die glaube ich noch ein bisschen lustig sein sollen. Dann haben wir hier Sophias Hoffnung und ihre Träume nebeneinander stehen. Und dann hier meine Ex-Booktube Kollegin Mona Kasten, von der ich absolut noch nichts gelesen habe. Nochmal ein kleiner Überblick. Wir sind hier durch. Das heißt, wir landen hier beim letzten Hängeregal. Hier haben wir einmal das große Buch vom Marathon. Rich that poor that das hat man schon oft Ah, hier sehr bekannt wie man Freunde gewinnt. Das hat man auch schon öfter gesehen. Wie man Freunde gewinnt, aber die Frage ist auch immer, will man das? Will man so viele Freunde gewinnen? Wo soll man dann hin mit denen? Dann haben wir hier Patrick Süßkind das Parfüm. Robert Garbrave ist wieder am Start, Leute. Bei diesem Buchrücken kann ich gar nichts erkennen. Das sieht sehr eigensinnig aus, keine Ahnung. Und dann voll reingefitzigt. Ich habe mich schon auf der sicheren Seite gefühlt und dann ne. Flugangst 7a ordentlich reingefitzigt. Die Romy Hausmann der Ragnar Jonasson das sieht auch wieder Thriller und Krimi lastig aus. Und dann kommt hier noch dieses kleine Absteller alles. Ich weiß nicht wie ich es nennen soll. Beistelltischchen kann man es vielleicht schon nennen. Natürlich hier auch die Frage also was hat hier das zu bedeuten. Man sieht hier du hast deinen E-Reader hier was natürlich einiges erklären würde wieso hier nicht so viel rum steht. Liegt ja nahe. Aber natürlich auch die Frage welche Bücher schaffen es hier in dieses Absteller alles? Ich glaube die die vom Format her schlecht hier rein passen. So sieht das aus aber wir schauen uns das näher an. Ja genauso sieht es aus nämlich als würdest du hier die aufbewahren die eben vom Format nicht in die Hängeregale rein passen und wahrscheinlich auch thematisch nicht rein passen. Einmal haben wir dreimal Harry Potter die Kammer des Schreckens fehlt aber wo ist die Kammer des Schreckens dann ein paar Reisebücher You Only Live Once und hier kann ich noch Diana Gabelton erkennen und der Medikus Jo liebe Lea kurz knackig spritzig fetzig jetzt kommt deine Bewertung So liebe Lea deine Bewertung flattert jetzt gerade zum Fenster herein Folgendes Wenn es um deine Sortierung geht muss man natürlich sagen okay ich habe deutlich erkannt dass du dir Gedanken gemacht hast was beieinander stehen soll und für mich macht es auch Sinn was bei dir beieinander steht also dass die Bissreihe bei den anderen Büchern von Stephanie Meyer steht und die Bissreihe neben Panem neben Eragon neben Tinten Herz Tod keine Ahnung was steht das macht alles so Sinn also du hast so Jugendfantasy beieinander gelassen und dann hast du auf der rechten Seite eher so das literarische unterhaltungsliterarische ganz wenig ganz wenig Weltliteratur beziehungsweise Klassiker und ganz unten in dem Hängeregal in dem letzten hast du eben so Ratgeber und so Krimi Thriller lastig also kann man sagen ich habe deine Sortierung schon erkannt und sie macht auch Sinn für mich aber natürlich muss man hier auch die Frage stellen na gut deine Masse an Büchern ist überschaubar wie schwierig ist denn das das zu sortieren ich denke so wie du es gemacht hast macht es eben Sinn aber es stellt nun mal auch keine große Herausforderung dar nichtsdestotrotz macht es Sinn deswegen bekommst du von mir für die Sortierung vier Sterne dann kommen wir zur Auswahl natürlich war dir bestimmt schon klar dass du wahrscheinlich weil du viel E-Books liest eine sehr begrenzte Auswahl an haptisch vorhandenen Büchern da hast das wird dir auf jeden Fall klar gewesen sein und Fakt ist auch bei einigen Büchern überschneiden wir uns natürlich ich habe die Bissreihe gelesen ich habe Harry Potter gelesen Edelstein Trilogie gelesen Ken Follett gelesen aber dann gibt es auch eben so Bücher die mir gar nicht zu sagen ja es gäbe eben wenig wo ich bei dir sagen würde kannst du mir das ausleihen da wären wir glaube ich schnell an der Grenze von dessen was ich mir bei dir ausleihen könnte das immer so machen würde ich dir dann für deine Bücher Auswahl zwei Sterne geben kommen wir zur Optik bei der Optik muss ich wirklich sagen dass man einfach merkt dass das hier so deine gemütliche Leseecke ist zumindest unterstelle ich das einfach dass das deine gemütliche Leseecke ist aber trotzdem muss man eben sagen dass das optisch so wie du es dir gestaltet hast ziemlich gut zueinander passt mir ist klar dass mit Dachschrägen es nicht immer so einfach ist ein Bücherregal hinzustellen aber was bei einer Dachschräge mir sofort in den Sinn kommt es in diese treppenstufenartigen Bücherregale weil ich eben also ich persönlich habe Probleme mit diesen hängenden Regalen weil ich keiner Wand vertraue meine Bücher aushalten zu können versteht ihr Bücher sind enorm schwer und deswegen bin ich dann eher ein Fan von diesen ihr kennt sie bestimmt diesen stufenartigen treppenartigen Bücherregalen die sich einfach bei dir in der Dachschräge da wunderbar einfügen würden ich weiß nicht ob es dir darum geht dass du nicht mehr Bücher haben möchtest oder dass du einfach nicht weißt wie du mehr Platz schaffen kannst um mehr Bücher zu haben aber ich glaube mit so einem Treppenregal hättest du auf jeden Fall mehr Platz um mehr Bücher zu haben irgendwas gibt es schöneres als mehr Bücher zu haben aber klar ich sehe deinen E-Book Reader ich kann mir vorstellen dass du wirklich einfach sehr gerne E-Books liest und ich kann mir auch vorstellen dass wenn man ein paar E-Books gelesen hat dass einem dann auch dieses ich muss ein Buch besitzen dass das irgendwann auch vergeht das kann ich mir vorstellen ich würde dir für deine Optik weil das eben in deiner Leseecke gut aussieht aber für mich eben nicht ideal ist für mich ist zum Beispiel auch klar du kannst ja nicht viel Deko da einbringen außer dem Schild ist jetzt nicht viel los in diesen Bücherregalen deswegen würde ich dir für deine Optik drei Sterne geben vielen Dank liebe Lea dass du mir deine gemütliche Leseecke zugeschickt hast vielen Dank dass du dich getraut hast und mitgemacht hast ich hatte sehr viel Spaß mit deinen Büchern so Freunde unsere dritte Kandidatin ist die Judith Judith ich bin gespannt was du mir zu bieten hast oh ja farblich sortiert dann schauen wir uns das Ganze erstmal im groben Überblick an also du hast drei schmale Regale die du auch ziemlich gut gefüllt hast zwischendurch versuchst du Platz zu schaffen hier oben hast du eine Pflanze hier hast du eine Monstera man sieht du bist glaube ich so am Maximum der Kapazitäten hier mit deinem Bücher Regal ich glaube du brauchst nochmal was oben drauf oder hier daneben irgendwas brauchst du Judith was brauchst du ich muss sagen natürlich merkt man auf den ersten Blick hier okay das ist farblich sortiert aber ich muss gucken wie sehr es mich nachher stört im Durchgang des Bücher Regals so sieht es schon gut aus aber ich glaube ich werde mich einfach nie damit anfreunden können egal wir starten mal hier oben und schauen mal was uns die liebe Judith hier zu bieten hat hier haben wir ein Pflänzchen und wenn wir näher rangehen erkennen wir diese geniale Freundin Reihe von Elena Ferrante eine wunderbare Buchstütze die sieht klasse aus herrlich und hier drüben haben wir wahrscheinlich dein Harry Potter Eck und hier haben wir dann die Lego Edition von dem fahrenden Ritter dann haben wir hier die Schokofresche einmal Oldschool Harry Potter mit den illustrierten Ausgaben bei dir fehlt noch der vierte Band dann werden wir uns mal den Bücherregalen widmen okay jetzt haben wir hier oben durch das heißt wir würden hier weitermachen ich würde jetzt aufgrund der farblichen Sortierung einfach sagen wir machen hier das horizontal durch dann würden wir hier anfangen wir haben Stephen King dann diese Reihe von Justin Cronin die mich auch immer wieder reizt mit der Übergang die 12 und die Spiegelstadt aber was reizt mich nicht alles nochmal Stephen King TC Boyle mit dem ich keinen guten Start hatte mit Wassermusik das war mir einfach zu zu absurd mochte ich nicht wenn wir rüber rutschen na wer ist jetzt ist es auch noch ich habe keine Ahnung wer das jetzt auch noch ist wir haben einmal diesen Herrn von Stuttgart Bache mit Panikherz Hans Faller da jeder für sich allein eine sehr zeitgenössische Sally Rooney Nunca estuve Sola von Dias mein Spanisch wird immer besser Delfin de Vegan habe ich noch gar nichts von der Frau gelesen keine Ahnung Daniel Kehlmann weiß ich auch nicht Milken Honey ist doch diese dieser Instagram Poet ich weiß er dieser Rupi Kau genau der da der Walter Mörs dann natürlich The Hunger Games und dann haben wir Franz Kafkas Prozess und Sylvia Plath die Glasglocke in diesen wunderschönen schwarzen Surkamp Ausgaben die sagen mir sehr zu die mag ich sehr hier kommen wir auch wieder an die Grenzen der farblichen Sortierung wenn man einfach Hunger Games neben Franz Kafka und Sylvia Plath hat und dann eben so alles beieinander steht was so beieinander stehen kann ich habe das Gefühl du hast ja noch ein bisschen so Gedanken darüber gemacht was besser zueinander passt Justin Cronin zu Stephen King eher und die eher zueinander aber ich bin einfach kein Fan der farblichen Sortierung und das werde ich auch niemals werden hier starten wir mit der große Gatsby La Plaza der Diamante also der Verdacht liegt nahe liebe Judith dass du sehr gut Spanisch kannst und auch Spanisch liest ich bin Sirse dann haben wir einen Bill Kaulitz Career Suicide bisschen arg dramatisch aber okay Christiane F also dafür wie oft über dieses Buch gesprochen wurde habe ich es wirklich bei sehr wenigen bisher gesehen ich habe es auch nicht da keine Ahnung Alice im Wunderland hier Jo Nam Jo wunderbar Bram Stoker aus Dracula Kim Ji Young war ja auch im Regal von Maris mit dabei also haben wir da Überschneidungen aber es kann auch sein das ist woanders noch Überschneidungen Dracula hatte sie auch also Maris und Judith ihr habt schon zwei Überschneidungen und Hunger Games hatte Maris auch aber das mega nichts heißen so viele Menschen haben Hunger Games nur ich nicht nur ich nicht dann gucken wir mal weiter so wir sind hier durch dann gehen wir in die hellere Buchreihe rein ich sehe schon ich sehe schon Leute das wird ein riesengroßes Problem das wird ein riesengroßes Problem weil hier ist 1Q84 von Murakami und ich habe vorhin schon gesehen dass du an anderer Stelle Buch 3 von 1Q84 stehen hast aber Buch 3 ist eben grün deswegen kannst du es ja nicht hier stehen haben nur Probleme mit diesen farblich sortierten Bücherregalen ist das Harry Potter hier unten ich weiß nicht was das ist nein das ist bestimmt Star Wars oder so wir haben Neil Gaiman Katrin Wessling von der habe ich auch ein paar Sachen auf dem Wunschsessel auf dem Wunschsessel das wäre es Leute Katrin Wessling von der habe ich auch ein bisschen was auf dem Wunschzettel aber noch nichts von ihr gelesen wer die Nachtigall stört hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen Farbe von Milch möchte ich auch noch lesen und dann sieht es hier sehr Stephen King lastig aus ah ja Deborah Feldman hat man eine Weile lang sehr oft gesehen Victor das hat man bei den Bookfriends Forever auf jeden Fall gesehen das Licht ist ja viel heller hat man es sehr oft an vielen Stellen gesehen dann kommt eine feine Sammlung von Hanya Yanagihara oh Tojo Mois guck mal eine einzelne Mojette der Buchrücken sieht cool aus aber ich kann nicht erkennen was für ein Buch das sein soll dann haben wir Tolkien ich denke ich denke zu viel so wir waren hier stehen geblieben ich denke ich denke zu viel das heißt wir rutschen hier rüber und hier lächelt uns ein halber Totenkopf an ein ziemlich schön verzierter und hier sind dann diese altbekannten schnarch langweiligen Bücher also schnarch langweilig im Sinne von die machen optisch einfach wenig her also wenn wir das mit den Fantasy Buchrücken von der Maries vergleichen dann ist das schnarch langweilig hier oben starten wir auf jeden Fall mit Bernhard Schling der Vorleser dann erkenne ich hier noch die Physiker von Dürrenmatt und dann erkenne ich aber nicht mehr viel hier drüben haben wir auf jeden Fall Benedikt Wells und tatsächlich Banana Yoshimoto's Lebensgeister Donner Tart mit der Distelfink und die geheime Geschichte so das heißt wir haben die oberen zwei Regalbräter horizontal durch das heißt wir machen hier weiter wir haben einmal das Buch das unfassbar ekelhaft sein soll und natürlich Anne Franks Tagebücher und dann haben wir noch Marie Kondo das ist halt das Anne Franks Tagebücher neben Marie Kondo ok aha guckt Benedikt Wells auf Spanisch Elfin de la Soledad meine Güte was ist denn hier los ist das ein Schutzumschlag den du gequetscht hast ist ja furchtbar Mohakami getrennt von dem anderen Mohakami und Nietzsche weinte Rapport der Markt und dann nochmal Fitzgerald Stephen King kenne ich natürlich noch Jane Austen's Emma kenne ich natürlich noch da kenne ich gar nichts TC Boyle und das sagt mir hier hinten gar nichts mehr das heißt wir gehen ein Regalbrett weiter runter wir sind in der dunkleren Reihe angekommen und starten mit Walter Mörs so viele Leute haben Walter Mörs jetzt muss ich Walter Mörs lesen oder dann Lieber Dugo gut gegen Nordwind Leute bitte nicht du hast viele Fitzgeralds stehen kann man mal machen ich habe noch gar nichts von Fitzgerald gelesen dann geht es hier weiter nochmal mit Edwood Literaturwissenschaft kennst du dich aus? ich kenne mich nämlich nicht aus ich bin nämlich absoluter Laie die unendliche Geschichte daneben Call me by your name und dann haben wir sagenhaft Miroloi aber dann nochmal eine Juli C und dann kenne ich hier beziehungsweise hier wird es auch schwierig zu lesen wir hüpfen mal weiter so und da sehen wir hier ist das Buch 3 von 1Q84 was soll man sagen zu dieser Sortierung dunkelgrün fast schwarz Gesang der Flusskrebs hat glaube ich auch schon jeder außer mir gelesen ein Garcia Marquez hast du nochmal zwei Muhakamis nochmal Spanier ah ja guck ein Katsu Ishiguro hat es auch noch zu dir geschafft dann schauen wir mal weiter wir sehen wir sind in der rosa pinken Ecke angekommen und hier habe ich glaube ich kein einziges Buch gelesen nein habe ich nicht wir schauen weiter und auch hier habe ich glaube ich soweit ich das erkennen kann absolut gar nichts gelesen oder ja gut hier mit den Reklamheften wird es auch schwierig kleines mittelhochdeutsches Wörterbuch mittelhochdeutsch mir schwätze hier ein bisschen anders dann rutschen wir wieder etwas rüber so Delfin der Vegan kennt man auch noch aber dann kommt nochmal Stephen King Tolkien Herr der Ringe The Circle ist es so heißt es gell The Circle dann sind wir auch mit den roten Büchern schon durch Leute wir sind hier gewesen aber hier ganz unten hat es auch nochmal ein paar Bücher aber man sieht auch die Möglichkeiten hier ein Foto von zu machen sind sehr begrenzt deswegen schauen wir einfach was wir aus diesen Bildern rausholen können und schauen einfach was wir da erkennen können also wenn man die Buchrücken kennt erkennt man es natürlich gleich hier haben wir nämlich einmal die Bücherdiebin unorthodox von dieser Feldman ist es gell aber habe ich auch nicht gelesen ah ja Stephen King hier die erkennt man auch noch immer an den Buchrücken aber hier drüben Freunde der Sonne hier wird es richtig schwierig irgendwas zu erkennen man kann sich ja vorstellen was für Bücher in Reklamformat abgedruckt sind solche Bücher exakt Kaballe und Liebe kann ich hier auf jeden Fall erkennen alles andere müsste ich jetzt irgendwie hinein interpretieren das ist wirklich schwierig gerade und hier daneben wird es auch sehr krisselig was man von hier aus sehen kann das erkenne ich noch was man von hier aus sehen kann ist natürlich jetzt auch titelgebend für das was ich gerade mache nämlich ich sage was ich von hier aus sehen kann hier in dem Beispiel ist es nicht wirklich viel aber mir ist auch klar dass ja die Möglichkeiten das zu abzufotografieren nicht endlos sind von dem her ist es okay so ich denke wir können dann einmal kurz rausspringen okay das heißt wir haben hier alles durch wir waren hier in diesem untersten Regal wo man schon ein bisschen angedeutet sieht dass da noch was ist aber die Judith hat noch was kleines vorbereitet nämlich das hier das hat sie uns auch noch mitgeschickt das steht so für sich ich muss natürlich sagen dieses Beistelltischchen mit diesem das sieht richtig schnieke aus richtig schnieke und die Pflanze sieht auch gut aus muss man dir auch lassen dass deine Pflanzen gut aussehen so dann fangen wir mal hier oben an und arbeiten uns einfach runter Tsun Doku ist das japanische Wort für Bücher die ungelesen im Regal stehen oder auf einem Stapel neben dem Bett liegen sehr passend das ist wirklich sehr passend dann haben wir Berlin Alexanderplatz Lieber Doku nochmal Finanzen wieder wieso lesen so viele Menschen etwas über Finanzen aber ich kann mir auch vorstellen in der Schule lernt man überhaupt nichts über Finanzen deswegen muss man einfach gucken dass man irgendwas irgendwo über Finanzen lernt ich muss dazu sagen Deutschland ist glaube ich das Land international das am wenigsten und am wenigsten gern über Geld redet ich weiß nicht wieso ich weiß nicht wieso in Rumänien ist zum Beispiel die Frage was hat das gekostet oder wie viel hast du dafür gegeben völlig normal ist keiner beleidigt wenn man das fragt aber in Deutschland wenn man fragt das war schon dafür gezahlt ist ein bisschen anders hier ist ein bisschen anders dann TJ Clue nochmal ja 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 spanische Geschichte oder ist aber eine kurze spanische Geschichte dachte ich wäre es ein bisschen länger dann haben wir hier nochmal Daisy Jones and the Six das sieht man auch immer öfter und hier auch wieder einfach Opfer geworden von Patrick Rothfuss ich frag mich wie lange es noch bei mir dauert bis ich Opfer werde ja hier unten kenne ich mich gar nicht aus so das war hier der Bücherstapel das heißt wir rutschen nach unten okay Erich Kästner ich hab noch gar nichts von ihm gelesen außer vielleicht ein Gedicht natürlich mal aber sonst gar nichts da hast du mich jetzt hart getroffen da hast du mich jetzt richtig hart getroffen sehr gut den sieht man auch immer öfter aber ich kann den gerade überhaupt nicht zuordnen ob der irgendwas für mich wäre oder nicht Beauvoir ja der unsichtbare Freund von Steven Chibowski mochte ich sehr aber ich glaube man muss diese Art von Horror mögen und diese Art wie alles miteinander hier verbunden ist mögen und die Elemente die hier eben zusammengesetzt wurden und mir hat es sehr gut gefallen und ganz hier unten haben wir noch Mary Shelley mit Frankenstein und dann war es das mit diesem Beistelltischchen natürlich stellt sich hier die Frage sind es hier vielleicht deine Ungelesenen dieses Sprüchchen hier wird ja auch noch darauf hinweisen dass es Ungelesen bei dir rumsteht von dem her es ist aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit hier nochmal Platz für die Ungelesenen zu machen und wie man sicherlich weiß habe ich gerne Ungelesen von Gelesen getrennt weil man sonst einfach so gut man auch einfach drauf ist man verliert irgendwann den Überblick es ist einfach so es ist so ich wurde selbst Opfer von Überblicksverlust okay liebe Judith das heißt jetzt geht es um die Wurst für dich wir kommen zu deiner knallharten Beurteilung so liebe Judith wir starten mit der Sortierung und natürlich hat man es immer wieder gemerkt wie ich auch beim Durchgehen deines Bücherregals so an meine Grenzen kam was ich nebeneinander vertragen kann und das ist nicht viel mein Nervenkorsett ist hauchdünn zur Zeit ich komme mit der farblichen Sortierung nicht klar das merke ich einfach immer wieder und das habe ich jetzt auch bei deinem Bücherregal gemerkt vor allem findet man auch bei Menschen die nach Farben sortieren immer eine gewisse Inkonsequenz weil man nie so rabiat sein kann deine Elena Ferrantes also deine Ferranten hast du ja beieinander gelassen und Harald Töpfer steht auch alles beieinander aber abgesehen von diesen zwei Reihen war dir eigentlich alles egal dann hast du alles getrennt wie es gerade von den Farben her gepasst hat ich kann es nicht Leute ich kann es nicht es besteht natürlich die Möglichkeit dass wenn ich meine Bücherregaltour drehe dass ihr mich auch zerreißt weil meine Sortierung keinen Sinn macht aber die farbliche das ich kann es nicht Leute es gibt nur eine Sache die schlimmer ist als die farbliche Sortierung und das sind Menschen stehe ich dazu das sind Menschen die den Buchschnitt nach vorne schauen lassen viel bla bla um die Tatsache dass ich dir für deine Sortierung zwei Sterne gebe kommen wir zu deiner Auswahl da sind so ein paar Dinger dabei wo wir uns im Lesegeschmack überschneiden und auch so ein paar Dinger dabei wo ich sage okay das würde ich gerne bei dir ausleihen Elena Ferrante interessiert mich sehr und das sind zwischendurch immer mal wieder Dinger gewesen die mich sehr interessieren du hast einiges von Kafka drinstehen Donna Tart war dabei Hanja Haka war dabei und dann hattest du auch ein bisschen was an Klassikern Jane Austen Nino Haka Gesundheit Stephen King Walter Mörs da waren ein paar Dinger dabei wo ich dachte ja gut da verstehen wir uns Haku Kimura Kami was soll ich dir noch sagen ich kann dir nur sagen für deine Bücher Auswahl würde ich dir 3,5 Sterne geben dann kommen wir zur Optik jetzt ist es so ein zweischneidiges zweigleisiges Schwert oder ein zweischneidiges Gleis natürlich kann man sagen die farbliche Sortierung sieht jetzt besser aus es sieht schon schnieke aus bei dir diese echte Pflanze da oben die da so runterhängt die macht echt was her plus deine Deko da oben dieser Harry Potter Bus ich nehme mal Harry Potter Bus der fahrende Ritter sieht einfach gut aus nicht zu vergessen dein Jurassic Park Buchstützen Dings hier oben legendär neben dem Skelett und dem einen Funko Pop ist es relativ sauber gehalten möchte ich sagen aber womit du mein Herz geklaut hast das ist einfach dieses Beistelltischchen das sieht einfach super schnieke aus in schwarz richtig fein und das Pflänzchen noch daneben und diese Postkarte ganz oben drauf damit man auch ja weiß um was es sich handelt das passt einfach wunderbar für mich deswegen würde ich dir für deine Optik 3,5 Sterne geben vielen lieben Dank Judith dass du dich getraut hast dass du mitgemacht hast und mir deine Bücherregale hast zukommen lassen vielen Dank Party People der Preis ist heiß und Victoria ist jetzt am Start vielleicht reißt sie uns alle noch so was vom Hocker wie wir es niemals vermutet hätten wir werden sehen jetzt kommt Victoria es sieht aus wie ein kleines aber sehr feines Regelchen wir schauen mal rein also wir sehen hier ihr Regal natürlich sehen wir hier auf dem Bild jetzt nicht wie das Ganze in der Wohnumgebung eingebettet ist und auf dem ersten Blick wird auch klar Deko minimalistisch minimalistisch akzentuiert nennt man das heutzutage dann bleibt uns gar nicht viel anderes übrig als hier oben zu starten wenn wir mit dem ersten Regalbrett beginnen lächelt uns gleich die Tribute von Panem entgegen dann stolpern wir aber gleich auch über Margaret Edward und dann eher Science Fiction in den lastigen Büchern wenn wir mal rüber rutschen ok wenn wir uns das angucken Douglas Adams The Hitchhiker's Guide to the Galaxy auf deutsch per Anhalter durch die Galaxis yes my English is very good auf jeden Fall sind wir dann hier sehr Science Fiction mäßig mit Dune Andy Wears Marsiana und hier hinten spiekelt uns noch Artemis entgegen dann waren wir hier bei Artemis stehen geblieben und dann kommt eine ganze Ladung Ben Aronovic der mir überhaupt nichts sagt und von dem ich überhaupt nicht mal weiß wo ich den einordnen kann und dann war es aber auch schon in dem Regal das heißt wir springen runter ok wir starten mit der Bibel und eine erste Kinderbibel mein Bruder und ich hatten eine Kinderbibel aus Rumänien wir haben nie drin gelesen aber was ich immer gemacht habe war die Bilder angucken die Bilder waren so schön das war das schönste was ich jemals gesehen habe auf jeden Fall haben wir hier bibelastige Bücher das bibelastigste Buch das es gibt nämlich die Bibel und dann geht es auch eher weiter mit Jugendfantasy kann man das sagen also die zwei Bücher sagen wir gar nicht deswegen kann ich das nicht beurteilen aber dann kommen wir zu Tintenherz Blut und Tod und wenn wir rüber schauen sind wir dann bei Harry Potter Ausgaben die ich so gar nicht kenne die Märchen von Beedle dem Baden also das sind alles so Harry Potter anhauchende Bücher hier auch Quidditch und hier hinten wird ordentlich gespart für Bücher Leute wir müssen ordentlich sparen für die Bücher heutzutage wir lassen uns wieder fallen im nächsten Regalbrett kommt uns Sherlock Holmes entgegen und dieser Schuber ist nämlich genau der gleiche Schuber auf dem die Kamera jetzt steht also ihr steht auf diesem Schuber Professional YouTubing nennt man das genau dann geht es wieder weiter mit Sherlock Holmes auf Englisch wow James Joyce nicht schlecht nicht schlecht Charles Darwin na gut ist auch ein Klassiker Bukowski Clockwork Orange Camus der Fremde hör mir auf ich mach immer dieses Gesicht bei dem Buch und seine gesamten Erzählungen neben Agatha Christie ok wir schauen mal weiter also wir waren bei Agatha Christie stehen geblieben dann machen wir grad mit Agatha Christie weiter La Casa in Mango Street Estoy una Españoles Donner wie Cross die Päpstin ist fast schon ein Klassiker genauso Hermann Hesse Steppenwolf ist natürlich ein Klassiker Ita Hoffman hör auf nicht schlecht Dr. Jekyll und Mr. Hyde guck die Bodenbrooks das ist aber diese kleine Fischer Taschenbuch Ausgabe die ich nicht leiden kann wenn ich die sehe weiß ich sofort das ist sie dann haben wir Nabokovs Lolita auch ein ewiger möchte ich so gern lesen Kandidat so rücken wir das ganze ein bisschen zurecht hier haben wir George Orwell 1984 Ovid Yes und wenn wir ganz hoch rutschen sehen wir das ist der Alexander Solchenizin der Archipelgulag das ist ja das ist ja sein Hauptwerk und ich habe hier ein Tag im Leben des Ivan Denisović gelesen es hat mich irgendwie fertig gemacht obwohl es überhaupt nicht emotional geschrieben war aber an das hier traue ich mich noch nicht so ganz ran aber ich glaube es wird sich auch lohnen aber der Tag muss kommen an dem man bereit ist dann haben wir hier The Queen's Gambit auf Englisch Picture of Dorian Gray sehr gut und nochmal auf Deutsch das Bildnis des Dorian Gray hier waren jetzt nochmal ein paar Dinger dabei wo ich sage wow okay wir schauen mal weiter im nächsten Regalbrett empfängt uns gleich eine Portion Reklambücher Goethes Faust drei davon Kafkas Prozess und Verwandlung Dantons Tod Schillers Wilhelm Tell Maria Stewart nochmal Wilhelm Tell kann man nie genug davon kriegen die Räuber Charlie and the Chocolate Factory von Roald Dahl ist es Fitzgerald Shakespeare mit Macbeth Othello Hamlet Merchant of Venice ganz hier am Schluss natürlich Tambien La Luvia Arranquen Los Motores nochmal ein Shakespeare daneben und dann kommt auch Zweigs Schachnovelle mit deiner Sortierung bin ich immer noch nicht irgendwie durchgestiegen keine Ahnung bis zu diesem Punkt weiß ich nicht nach was das sortiert ist dass die Reklams zusammenstehen das hat man einfach sehr oft bei mir stehen sie auch zusammen wir schauen mal weiter vielleicht macht dann die Sortierung mehr Sinn auf jeden Fall haben wir hier noch My Sister the Serial Killer das wurde ja auch auf Deutsch übersetzt meine Schwester die Serienmörderin dann haben wir American Psycho und hier hinten lächelt uns noch eine Sirse entgegen das heißt wir schauen mal weiter wir haben hier mit Sirse aufgehört das heißt es geht hier weiter Slumdog Millionaire wow ich habe nur den Film gesehen hier natürlich Sakrileg von Dan Brown und reingefitzigt bisher haben wir eine gute Fizekquote zwei von vier ziemlich gute Fizekquote eine Juli C haben wir noch und hier hinten kenne ich dann wieder sehr wenig wir lassen uns wieder fallen wir sind im untersten Regalbrett angekommen hier haben wir einmal unnützes Wissen von diesem Sterne-Neon-Magazin das habe ich früher sehr gern gelesen aber das sind halt so so Dinger das inhaliert man einmal und dann merkt man sich nichts so ansonsten haben wir hier einen Schuber mit Weltgeschichte deutsche Geschichte und geografischen Entdeckungen hier unten natürlich sehr süß Einhörner nein nur das ist ein Einhorn und das sind einfach sehr rosane Ponys so würde ich es nennen hier drüben haben wir Cornelia Funke das sieht eher kinderbuchlastig aus jetzt hier unten wenn wir mal rüber gucken also wir waren hier mit dem Verdacht dass es kinderbuchlastig wird und es sieht wirklich sehr arg kinderbuchlastig aus das Gregs Tagebuch das ist glaube ich wirklich sehr kindlich orientiert und die Tatsache wie eben die Sachen gestaltet sind da merkt man eben dass es deutlich Kinderbücher sein müssen ok wir waren hier mit dieser Kinderbuchsammlung stehen geblieben von denen ich absolut keines kenne aber die Viktoria hat uns noch ein kleines zusätzliches Regelchen nämlich nämlich hier diese drei hängenden Regale auch hier kann ich natürlich nicht beurteilen wie sich das alles in dem daneben ein Reit einsortiert aber hier oben haben wir erstmal so ein Retro Buchschild hot buttered fresh and crisp was will man mehr wir starten natürlich hier hier haben wir wieder den George R.R. Martin der sehr viele Bücher verkauft hat für die Tatsache dass er die Reihe nicht zu Ende geschrieben hat und meiner Meinung nach wahrscheinlich nie zu Ende schreiben wird machen wir uns nichts vor wenn wir darüber spickeln sehen wir dass du auch die Bücher auf Englisch hast wir haben einmal Obi-Wan Kenobi und Yara Grey John Yara das ist natürlich praktischer wenn man die Dinger also die die Dinger die Viecher die Funko Pops in den Plastik verpacken lässt dann weiß ich auch wer es sein soll so haben sie wahrscheinlich auch Sammlerwert wenn man sie auspackt dann haben sie eher weniger Sammlerwerte aber muss ja jeder selbst wissen was er mit seiner Kohle macht auf jeden Fall gehen wir dann ein zweiter runter okay im nächsten Regalbrett haben wir dann ein bisschen Assassin's Creed Merch und nochmal George R.R. Martin mit irgendeinem Bonusmaterial hier ein Adretter Schmuckständer und hier drüben hier drüben finden wir dann die komplette Bridgerton Reihe Serie ich weiß es nicht ich ignoriere einfach dass es das überhaupt gibt dann haben wir nochmal Cornelia Funke und ansonsten bin ich hier eher unwissend wir schauen mal weiter und im letzten Regalbrett weist uns Viktoria darauf hin dass diese Bücher aus einem Bücherei aus Verkauf stammen und nicht geklaut sind sehr gut ich hätte ja auch nicht unterstellt dass die geklaut sind es gibt in Pforzheim wir haben an der Stadtbibliothek ein Bücherschrank also einen öffentlichen Bücherschrank wo man Bücher eben austauschen kann und alle Bücher also fast alle Bücher an diesem Bücherschrank an der Stadtbibliothek haben eben diesen Aufkleber weil die Stadtbibliothek die eben aussortiert hat von dem her kommt man heutzutage doch im Besitz von Stadtbücherei Büchern ohne dass man sie klaut aber büchermäßig haben wir hier ach guck mal die Emadona You nochmal mit Raum das hatten wir schon mal diesmal Sophie Kinsella ist glaube ich gar nichts für mich und natürlich also du bist glaube ich die erste bei der ich das sehe das Readers Digest also diese Dinger sind ja echt in jedem in jedem öffentlichen Bücherschrank findet man das hier und wisst ihr ich weiß nie ob immer die Vollversionen drin sind da bin ich mir immer unsicher ob das wirklich die vollen Versionen dieser Bücher sind aber hier daneben haben wir eine dekorative Uhr und dann machst du es aber auch schon dann ist es schon soweit liebe Viktoria du bekommst deine Bewertung bei der Sortierung wird man zwischendurch gemerkt haben ich komme nicht ganz mit manchmal war es für mich thematisch nachvollziehbar wie du sortiert hast aber eben nicht durchgehend nachvollziehbar wie du sortiert hast es kann natürlich bei diesem Format immer sein dass es für diejenigen die es sortiert haben so Sinn macht ich weiß das aber für mich ist es eben aufgrund dessen dass ich nicht alle Bücher kenne und aufgrund dessen dass ich eben das Regal nicht selbst sortiert habe dass es manchmal für mich eben nicht Sinn macht für mich ist wie gesagt manchmal ein thematischer Faden erkennbar gewesen beziehungsweise ein Genre Faden erkennbar gewesen aber eben nicht ganz durchgängig erkennbar gewesen deswegen würde ich dir für deine Sortierung 2,5 Sterne geben natürlich ist klar die Kinderbücher da unten hast du alle beide Kinderbücher aber so zwischendurch habe ich irgendwie so den roten Faden in der Sortierung verloren und dann kam es mir manchmal vor dass einfach die Verlage gut beieinander stehen kommen wir zur Buchauswahl bei der Buchauswahl muss ich dir wirklich zugute halten dass du einiges an Weltliteratur da hast also von Albert Camus bis hin zu Alexander Scholzini ziehen und dann auch ein bisschen die britischen Klassiker mit das Bildnis des Dorian Gray und Sherlock Holmes der kein Autor ist und da waren eben so ein paar Perlen dabei wo ich denke okay die möchte ich auch noch lesen Buddenbruchs zum Beispiel und wo ich aber auch denke okay da überschneiden wir uns sehr gut nämlich Päpstin Steppenwolf ich habe zwischendurch einfach gemerkt okay wir haben hier eine gute Linie und okay hier gibt es doch einige Dinge die ich mir bei dir ausleihen würde Nabokov zum Beispiel deswegen gebe ich dir für deine Buchauswahl 3,5 Sterne dann kommen wir zur Optik ich denke du bist dir selber im Klaren darüber dass das eher eine bescheidene Art ist zu dekorieren und bei dir stehen eben wirklich die Bücher im Vordergrund also man merkt bei dir das Schnörkel nicht so deins ist was ja auch nicht schlimm ist das einzige wo man ein bisschen so ein bisschen mehr Deko und ein bisschen mehr von dir erkennt ist in diesen hängenden Regalen wo man eben mal so ein Metallschildchen hat wo man eben mal ein Funko Pop hat so ungern ich sie auch habe wo man dann eben ja mal was von Assassin's Creed sieht wo man eben ein bisschen von deiner Persönlichkeit erkennt deswegen würde ich dir für deine Optik 3 Sterne geben vielen Dank liebe Viktoria dass du so mutig warst hier mitzumachen ich hatte sehr viel Spaß mit deinem Bücherregal vielen lieben Dank so Freunde das war wieder die knallharte Bücherregal Beurteilung von mir vielen Dank an alle die teilgenommen haben Maris Lea Judith und Viktoria wer mitgezählt hat weiß Bescheid die liebe Maris hat gewonnen herzlichen Glückwunsch liebe Maris du bist der Gewinner der goldenen Krone des schönsten tollsten besten Bücherregals in dieser Folge herzlichen Glückwunsch vielen Dank an alle die mir jemals ihr Bücherregal eingeschickt haben und mir vertrauen dass ich daraus irgendetwas zustande bringe dann kommen wir aber zu dem kleinen versprochenen Schmankerl wer bei dem letzten Teil Raid my Bücherregal dabei war der kann sich eventuell noch an Christopher erinnern beziehungsweise an Christophers Bücherregal die meisten Kommentare die ich erhalten habe treten sich um Christophers Bücherregal und ich möchte an dieser Stelle klarstellen dass es nicht darum geht Christopher irgendwas Böses zu unterstellen oder ihm zu sagen wie er mit seinen Büchern umgehen soll jeder Mensch darf mit seinen Büchern machen was er will aber die meistgestellte Frage war eben hat sich Christopher gemeldet und Leute ich kann euch beruhigen Christopher hat sich gemeldet der Christopher hat mir nämlich nochmal eine E-Mail geschickt und der Christopher hat auch ein YouTube Video in dem er beschreibt was er eben mit den Büchern macht um diese Bücher eben immer sehr handlich vor Ort zur Stelle zu haben und was beim Christopher eben deutlich wird ihm geht es wirklich darum jede freie Minute des Tages zum Lesen zu nutzen und deswegen kann ich mir wirklich vorstellen dass es ihm als vielreisender Softwareentwickler eben so passt dass er so mit seinen Büchern umgeht dass er eben seine Technik gefunden hat wie er mit seinen Büchern umgehen kann damit er diese Bücher eben immer zur Stelle hat muss nicht jeder mögen aber jeder darf mit seinen Büchern machen was er will auf jeden Fall hat mir der Christopher auch nochmal eine aktualisierte Version seines Bücherregals geschickt und ich möchte das jetzt einfach nicht vorbeiziehen lassen sondern ich würde da gerne nochmal einen Blick drauf werfen weil sich der Christopher einfach unendlich viel Mühe gemacht hat nochmal für die 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 erste Folge nicht gesehen haben wir haben uns ja in der ersten Folge mit dem Bücherregal von Christopher befasst das er so eingeschickt hatte und mir war gleich klar okay das ist ein anderes Konzept definitiv aber ich hatte eben Probleme vieles zu erkennen in diesem Bücherregal deswegen deswegen hat mir der Christopher nochmal seine Bücherregal durchgeschickt und man sieht schon der Christopher hat sich die Mühe gemacht es deutlicher zu beschriften deswegen schauen wir da jetzt einfach mal rein so Freunde heißt nicht dass ich irgendwas mehr kapiere ich kann nur vielleicht ein bisschen mehr herleiten und ich glaube in diesem Zusammenhang bekommt rate mein Bücherregal wirklich seine urdeutsche Bedeutung nämlich rate mein Bücherregal im Sinne von errate was ich im Bücherregal habe ich würde sagen wir befassen uns hier mit diesem Bücherstapel der Christopher schrieb mir nämlich vielen Dank dass ihr meinen Schrank ausgewählt habt ich habe ihn weiterentwickelt jetzt kann man alles besser lesen definitiv kann man jetzt alles besser lesen aber natürlich fehlt mir bei diesen Schlagwörtern die du draufgeschrieben hast immer ein bisschen der Zusammenhang ich kann hier natürlich Gulag lesen das könnte Gailman sein aber welche Bücher das im Endeffekt sind das weiß ich dann auch nicht Dumas habe ich glaube ich auch noch im ersten Teil also beim ersten Buch herausfinden können herausragend muss man einfach den Christopher lassen finde ich dass er hier noch die Buchbindung mit drauf gemalt hat hervorragend ich glaube wenn man die Bücher gelesen hat die er hier so stehen hat kann man die irgendwie verbinden aber mit dem Schlagwort Hexe kann ich jetzt nicht viel anfangen das ist das können von bis können es ja alles sein und wenn wir weiter runterrutschen haben wir wieder das gleiche Problem ich weiß auch nicht ob die Farben was zu bedeuten haben oder ob die Farben ihm einfach irgendwann ausgegangen sind oder ob die Farben eben Genre sein könnten aber das ist schon alphabetisch sortiert also hier ist alles mit K hier ist N, M, L das ist eher alphabetisch sortiert das merkt man hier deutlich Symbol kann natürlich das von Dan Brown sein Stalingrad kann jetzt auch wieder von bis sein und wenn wir uns dann die andere Hälfte des Bücherregals anschauen kann Tibet natürlich sieben Jahre in Tibet sein aber weiß ich weiß es nicht ja ich bin auf jeden Fall dem Christopher sehr dankbar dass er seine Bücher eingeschickt hat weil ich glaube im booktubigen Bereich sind wir sehr eintönig was schöne Bücherregale angeht ich merke es ja an mir selber ich bin auch so dass ich sage das hätte ich gern das hätte ich gern das hätte ich gern und dann ist das ein schönes Bücherregal aber ich glaube andere Menschen haben eben andere Prioritäten beim Bücherlesen wie zum Beispiel die Funktionalität dass ein Buch in jeder Lebenslage für mich funktionieren muss und dann ist es auch völlig okay dass wenn man sich zum Lebensziel gemacht hat jede freie Minute lesen zu können ja dann darf man doch mit seinen Büchern machen was man will deswegen finde ich es toll dass der Christopher seine Bücher eingeschickt hat weil es eben nochmal eine andere Art ist mit Büchern umzugehen und wir eben glaube ich im booktubigen Bereich sehr eingefahren und sehr monoton sind was den Umgang mit Büchern angeht also wir kriegen ja schon ein Herzkasper wenn es darum geht Leserrillen reinzumachen nein bitte nicht oder wenn ein Buch schief gelesen wird es auch ganz schlimm für uns aber ich finde es eben toll dass andere Menschen eben Wege für sich finden wie Bücher in jeder Lebenslage für sie funktionieren können für mich ist es nichts ganz einfach weil ich sehr wenig unterwegs bin und ich kann auch nicht dieses für zwei Minuten mal kurz lesen das kann ich einfach nicht aber wenn man ein Typ ist der sich schnell vertiefen kann schnell wieder rausgehen kann und dann wieder schnell in einem Buch vertiefen kann ja warum nicht deswegen danke ich auf jeden Fall dir nochmal Christopher dass du dir nochmal so viel Mühe gegeben hast es deutlicher zu machen was für Bücher du hast und man merkt einfach du hast sehr viele Bücher und du liebst Bücher über alles sonst würdest du dir nicht so viel Mühe machen um Bücher immer an deiner Seite zu haben und ich finde es eben wie gesagt sehr gut dass man eben nochmal eine andere Art sieht mit Büchern umzugehen und eine andere Art Bücher zu lieben weil ich glaube du liebst Bücher vielleicht sogar ein bisschen mehr als wir alle anderen weil du sie immer bei dir haben möchtest und deswegen gehörst du eben genauso zu den Bücherliebhabern wie wir alle anderen auch wer sich für Christophers Lesetechnik interessiert beziehungsweise wie er es eben hinkriegt die Bücher immer handlich parat zu haben dem verlinke ich gerne Christophers Video unten in der Videobeschreibung und da erklärt er eben wie er die Bücher bearbeitet damit er sie eben immer bei sich haben kann jo Freunde dann war das eine wunderbare knackige Runde Rage My Bücherregal es waren einige Perlen dabei es waren wunderbare Bücher dabei es waren sehr viele Bücher dabei die ich überhaupt nicht kenne und ich bin einfach wieder mal sehr froh dass ich in eure Bücherregale spickeln darf ich hoffe ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen lasst mich wissen wer euer Gewinner war welches Bücherregal könnte euer Herz erobern dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal Tschaui Tschaui bis zum bis zum